einen wunderschönen guten morgen ihr habt schon lange kein content mehr von mir bekommen beziehungsweise content zwar schon ihr habt schon mal was bekommen zwischendrin was schriftlich ist aber das habe ich wieder runter genommen weil es aber viel zu viel negative vibes entsprechend verursacht hat und wo ich sage okay muss nicht sein das muss man nicht öffentlich diskutieren hat ja auch der eine geschrieben ist okay nehmen wir runter aber es gibt positive nachrichten es gibt auch negative nachrichten und das sind positive nachrichten als auch negative nachrichten die mich beschäftigt haben und die mich davon abgehalten haben content zu veröffentlichen zum einen die boxen für den kleber sind da und die labels für den kleber sind da das heißt wir sind jetzt gerade dabei die kickstarter kampagne fertig zu machen alles zu verpacken online zu stellen uns gedanken zu machen zu wie viel verkaufen wir das und dann geht es hoffentlich bald live das ist schon mal die gute nachricht die zweite gute nachricht ist dass es dann entsprechend die erste lieferung jetzt für dieses quartal jetzt bald wieder kommt ich weiß es nicht was kommt er hat jetzt einfach mal das was auf lager hatte und gesagt okay er schickt mir rüber ich weiß nicht welche farben sind ich hoffe dass schwarz jede menge dabei ist und das auch dunkelgrau oder grün olivgrün und sowas dabei ist vielleicht weiß ich nicht genau die restlichen farben werden auf jeden fall die restlichen sachen die bestellt werden auf jeden fall nachgeliefert hat er versprochen weil er entsprechend wie heißt es gerade mit der produktion ich hinterher kommen weil die lieferketten ein bisschen schwer sind wegen farbzulieferer und master badges unserer richtung da sind sie aber dran das wird hoffentlich nicht alles funktionieren es wird ein bisschen dauern noch halt entsprechend es ist halt momentan eine chaotische zeit und ja sprich chaotische zeit ich muss mal gerade hier auf dem anderen bildschirm entsprechend was aufmachen denn ich habe morgen unschöne post bekommen und ich hole es mal ein bisschen weiter aus ich habe vor anfang des jahres sagen wir einfach mal haben vor vier fünf monaten sechs monaten ich weiß nicht ganz genau waren material bei ishan bestellt und das nicht zu knapp zum einen eine bestellung über 5000 euro was sie direkt aus niederlande liefern konnten und alles was sie nicht liefern konnten war dann noch mal zusätzlich in der eigenen bestellung verpackt was sie dann direkt aus china aus aus der fabrik liefern noch mal für 3000 euro irgendwas um nach dreieinhalb tausend und fünfeinhalb tausend irgendwas in der richtung ich weiß nicht mehr jetzt genau und die lieferung aus niederlande schon da die ist auch schon zum teil zum großteil verkauft und die lieferung aus china lässt immer noch auf sich warten warum lässt die noch auf sich warten ihr wisst momentan alle das große c wütet gerade überall und in china sieht so aus dass in den häfen entsprechend auch die matrosen und die mannschaften von den schiffen hat lockdown geschickt werden weil sich einer infiziert hat also alle in quarantäne und fertig das führt natürlich dazu dass man lieferverzögerung hat und das führt dazu dass durch solche lieferverzögerungen und auch was haben wir beim ersten lockdown gesehen letztes jahr die frachtpreise durch die decke schießen weil erst letztes jahr war es so es gab nicht genug frachtmaschinen man hat versucht verzweifelt flugzeuge in frachtmaschinen umzubauen damit man sachen transportieren konnte weil der personen transfer hat entsprechend direkt von einem moment auf den anderen zusammengebrochen ist und man normalerweise mit dem personenverkehr hat entsprechend auch noch mal fracht mit liefert und das ist halt von einem moment auf den anderen weg gebrochen und dann gab es nur noch ein paar wenige frachtmaschinen und dadurch ist der preis natürlich durch die decke gegangen das gleiche haben wir jetzt momentan auch und bei den bestellungen die ich sowohl aus niederlande als auch china getätigt habe sind normalerweise immer die preise komplett mit ihm begriffen er hat mir jetzt nicht bewusst irgendwas gesagt hat entsprechend das jetzt anders aussehen würde die bestellung ist so zustande gekommen dass ich eine große bestellung abgeschickt habe und er gesagt hat ja das können wir aus niederlande liefern aber das geht leider nicht haben wir nicht genug vorrätig wir können es halt nur aus china liefern ich so okay gut dann ist mir egal dann liefert es halt aus china just do it geld überwiesen geld da war am gleichen tag noch da das heißt die haben jetzt schon ein paar monate vier fünf monate das geld da liegen und konnten damit also arbeiten die haben also quasi von mir einen vorschuss bekommen konnten produktions materialien kaufen und konnten das dann produzieren was ich erstmal für einen langjährigen geschäftspartner auch tue ja da habe ich gar kein problem mit und da bin ich eigentlich auch nicht in der hinsicht so drauf dass ich sage okay wir machen jetzt 50 davor 50 danach ansprechend muss nicht sein unabhängig davon ob jetzt die bestellungen bei ishan eigentlich fast immer fehlerhaft waren und irgendwie immer irgendwelche nachlieferungen kamen oder irgendwelche goodies beim nächsten mal drauf kamen oder sonst was noch richtig dann kam es die wahren bremen an und die spedition in bremen hat mir geschrieben ja okay also im brief geschickt er ist angekommen wir brauchen die zoll informationen okay ist kein thema und wir brauchen die rechnungsinformationen für die rechnung dann bin ich hellhörig geworden weil in der ursprünglichen rechnung von china hatte ich frachtkosten drin die frachtkosten sag ich jetzt mal so sind auf dem niveau wie ich die normalerweise auch für andere hersteller aus usa und sonst woher bezahlen also hat sich nicht wirklich unterschieden die frachtkosten waren jetzt da nicht wirklich überteuert nicht wirklich günstig von daher bin ich davon ausgegangen von tür zu tür dem ist aber anscheinend nicht so und das hat mir dann auch der gute herr von ishan später bestätigt dass er gesagt hat ja du musst noch mal für die fracht von bremen nach keilheim aufkommen das war erst mal so ein streitpunkt wo uns erst mal so ein bisschen der diskussion ausgebrochen ist am schluss auch eine ziemlich heftige diskussion muss ich auch sagen von mir weil ich sauer war weil er mir das vorher nicht gesagt hat und ich bin sauer geworden weil er mir unterstellt hat dass ich explizit wollte dass das aus china geliefert wird dann habe ich mir gesagt nee ist nicht so ich habe nur gesagt gab ja okay dann liefer halt aus china weil es halt nicht anders geht jetzt aus niederlande gegangen hätte ich was dann die wasser bitte aus niederlande warum soll ich sagen liefers aus china wenn es viel vielfaches teurer ist als aus niederlande macht gar keinen sinn nächster streitpunkt war dass er mir gesagt hätte dass das ganze aus bremen geliefert wird und das ist dann von da aus von mir selbst weiter verschickt werden muss was er später wieder revidiert hat wo er gesagt hat okay ist auf beiden seiten fehler passiert und ich meine okay gut ja das ist es so er hat hat auch bestätigt schriftlich entsprechend dass es dann entsprechend von ihm versäumt war in der routine einfach zu sagen okay dass die frachtkosten von bremen bis hierher auf meine kappe gehen so jetzt haben wir die situation ist aber die kuh auf dem eis dass die frachtkosten von bremen bis hierher nochmal inklusive allem also zoll abfertigung und lagerung was weiß ich alles drum und dran steuern und so ein fuhrsteuer und hast du nicht gesehen noch mal 1600 euro sind für eine halbe tonne das ist natürlich schon entsprechend für so ohne menge ist das schon ein klopper ich glaube der transport alleine von bremen bis hierher ist nur ein kleiner teil davon aber der rest ist halt dicker dicker dämpfer und selbst wenn es ohne steuern sind sind wir noch bei irgendwas um die 1100 euro oder so ist auch nicht ganz ohne und ich habe mir das geschrieben jetzt heute morgen nachdem ich von isan entsprechend eine nachricht bekommen habe ich habe das geschrieben aufgrund der nachricht war auch echt sauer und habe ihm geschrieben okay nur um dich wissen zu lassen die frachtkosten von bremen bisher sind 1600 euro inklusive allem ist also im vergleich zu den preisen die ich vorher hatte noch mal gut stück teurer das ist echt ein dämpfer er hat mich ja vorher mir immer vorher gesagt da würde ich nicht die wahrheit sagen hat auch lange darauf umgeritten und wir waren uns im schluss aber eigentlich okay ja ist gut ich mache das jetzt und dann kriegen wir doch schon irgendwie eine kuh vom eis und finden eine lösung weitere baustelle von dran war dass es über die zeit rausgekommen ist okay wir verkaufen das zeug auf amazon und auf amazon gab es dann auch einmal konflikte weil irgendein händler hat entsprechend die nummer die auf die ea nummer die auf dem produkt aufgedruckt ist wie bei uns hier vom playglue dass ein händler sich die geschnappt hat und damit ein produkt veröffentlicht hat auf amazon und isan dann erst später unter einer anderen nummer weil die eine nummer schon blockiert war ihr eigenes produkt rausgebracht hat ich habe mich dann an das original dran geheftet und jetzt bekomme ich habe ich vor längerem schon von isan gesagt bekommen dann musst du aber auch wenn du auf amazon das zeug verkaufen willst musst du einen offiziellen reseller vertragung erscheinen dann habe ich mir das durchgelesen hat es dann gelesen okay ich muss für das produkt meiner eigenen ea nummern nehmen das bedeutet auch dass ich mir meine eigenen labels drucken muss wenn ich diese china ross import zeichen entsprechend dann ja ist es nicht mehr verwenden darf sondern hat selbst das drauf packen muss muss ich das natürlich auch mit ein kalkulieren die muss ich natürlich die lizenzen wo ich es natürlich ordentlich machen möchte ich muss natürlich den grünen punkt mit einrechnen weil ich dann natürlich nicht mehr als händler sondern als offiziell quasi als hersteller irgendwie so quasi fungieren und dann die verpackung quasi mit ein kalkuliert wird klar ob das am schluss wirklich so hart kommt ist noch mal eine andere sache aber es muss ich halt erst mal alles in meine kosten mit ein kalkulieren allein die er in kurz für die breite produktpalette die wir von isan bisher angeboten haben kostet im jahr 170 euro wenn du offizielle kurz haben willst die auch wirklich langfristig von amazon akzeptiert werden die müssen natürlich aufgeklebt werden allein die etikettierung kostet auch noch mal um die 20 30 cent pro label entsprechend weil es muss ja nicht nur gedruckt werden das muss ja auch aufgeklebt werden die ganzen logos und alles drum und dran muss man auch mit einem preis einrechnen das ist also am schluss gar nicht mehr wirklich rentabel und das nur dafür dass entsprechend ich das produkt dann noch mal auf amazon verkaufen darf und wir sind uns am schluss einig geworden okay ich habe noch ein bestand bei amazon liefern liegen weil mit dieser idee ist er erst gekommen mit diesem vertrag ist erst gekommen soll ich muss man schon trinken mit diesem vertrag ist erst gekommen halt schon produkte bei amazon gelegen haben im lager als fb und das kind quasi schon im brunnen gelegen hat und wir waren uns soweit einig dass ich die produkte erst mal abverkaufe das sind jetzt momentan noch 17 rollen die da liegen plus noch mal 50 kilo von plr schwarz die sich momentan nicht verkaufen weil einfach das ganze schon auf so einem generischen produkt liegt was ich selbst erstellt habe mit einer eigenen erinnummer und es funktioniert halt nicht ja ich habe jetzt die beiden produkte rekommissioniert oder remissioniert das heißt also die beiden wieder hergeschickt ich werde auf amazon alle produkte offen nehmen und der grund dafür ist folgende ich lese euch das mal kurz vor ich korrigiere jetzt bis auf den ersten satz damit ihr mal wisst eine referenz habt entsprechend wie das englisch von denen ist wie das schreiben von denen das aber ansonsten versuche ich das so gut es geht zu korrigieren beim lesen der erste satz lautet stop sold isan fake item asien also vergangenheitsform ich sollte das fakte den gefakten verkauf von isan produkten entsprechend unterstellen einstellen ich verkaufe keinen gefakten isan produkte habe ich nicht nötig ja die produkte die ich verkaufe habe ich bei isan direkt bezogen ich habe eine rechnung mit stempel von isan drauf dass das alles offiziell ist und das ist alles okay ist ja und habe das auch langjährig bei isan entsprechend immer eingekauft also ich habe da nicht nötig habe auch sogar auf der form next mit isan direkt besprochen und entsprechend ausgehandelt und bin auf den herren verwiesen worden ja der hat mich kontaktiert nachdem ich am stand von isan auf der form next entsprechend meine visitenkarte hinterlassen habe vor ein paar jahren ich habe es also nicht nötig irgendwelche fake produkte zu verkaufen dafür habe ich hier 3d fuel ganz ehrlich das ist ein deutlich besseres material mit denen komme ich deutlich besser klar und wenn da irgendwas nicht läuft wie es ist dann kann ich mit denen reden ordentlich reden mit denen kann man auch reden und die sind sich nicht zu feind dafür wie bei isan der rest to whom it may concern also wen es interessiert ist auch schon mal eine merkwürdige formulierung aber okay please be noted that it is the last message we are sending before filling an official claim also die sagen es ist jetzt die netze nachricht die du von uns bekommst die letzte warnung die du von uns bekommst bevor so eine offizielle anzeige entsprechend ausstellen ich vermute mal bei amazon entsprechend we noticed that you are not authorized reseller for isan branded products but you are selling our isan listing bla 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 also ihnen ist aufgefallen dass ich kein autorisierter verkäufer bin aber entsprechend das listing entsprechend verkaufe ja aber ich gehe mal ganz ehrlich davon aus wenn die mir das produkt verkaufen ja und ich war schon seit jahren bei den kauf und die bisher noch nie probleme hatten und ich auch schon mit denen vorher kommuniziert habe ähnlich verkauft das zeug auf amazon und die sich bis letztens nicht beschwert haben dass das auch bisher kein großes problem war ja da muss ich echt sagen nach deutschem recht gehen wir nach drei jahren gehen wir vom gewohnheitsrecht aus wenn so lange sind wir noch nicht auf amazon aber es ist halt echt fragwürdig as you may be noticed selling isan products is an illegal action that seriously in breach of trademark law and amazon policy also wie ich bestimmt schon mitbekommen habe ist das verkaufen von isan produkten ein illegale handlung und ein wie ist es echt ernst zu nehmen der bruch von trademark gesetzen also von von markenrechts gesetzen und amazonen agbs dass ich jetzt mal dahingestellt ja also ihr merkt schon mit welchen bandagen da gekämpft wird request that you follow the follow our instructions remove your official isan product me offers from all isan product pages on amazon within 24 hours and do not list items on isan product pages in any future if you don't comply this demands we will have no choice but we will fill an official claim with amazon seller department also ich soll innerhalb von 24 stunden alle produkte die ich verkaufe von amma von isan entsprechend einstellen ich darf sie nicht mehr verkaufen auf amazon zumindest mal nicht mehr ob es auf unserer webseite so ist weiß ich nicht genau aber ansonsten würden sie eine anzeige bei amazon machen wegen markenrechtsverletzung und hasse nicht gesehen und ja mir fällt dazu nichts mehr ein ja also nur abgesehen davon dass ich das offiziell von denen gekauft habe uns bisher eigentlich habe ich eine fläche maximal zwei bestellungen von denen gab die ohne fehler ausgeführt worden sind und ansonsten immer nur fehler von denen passiert sind und ganz ehrlich es sind keine fake produkte auf jedem produkt von denen ist ein stempel drauf ja hier ist offiziell isan ja ist offiziell und mir vorzuwerfen wo ich denen das geld monatelang im voraus gepackt hingepackt habe und alles drüber dran immer eine rechnung pünktlich bezahlt und 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 mir dann vorzuwerfen ich würde fake produkte verkaufen obwohl ich sie direkt von denen bezogen habe ist schon echt eine harte ich habe sie jetzt remissioniert die islam produkte die wird es nicht mehr auf amazon geben ich werde sonst den ganzen kann bei amazon erst mal einstellen ganz einfach weil es nicht so gut funktioniert hat wie ich mir das gedacht habe dann werde ich noch mal gucken wie wir uns darauf stellen dass das ganze besser funktioniert aber es ist echt schon man fällt so ein bisschen vom glauben der menschen ab er ist mit sicherheit auf beiden seiten fehler passiert aber das schlecht nicht dem fasten boden aus und da muss ich echt sagen ich habe vorher schon gesagt als der gute herder am nächsten tag nachdem wir erst mal uns eigentlich waren dass beiden seiten fehler passiert sind dass wir dafür eine lösung finden müssen um die kuh vom eis zu bekommen am nächsten tag kam er ich hätte mir angelogen und glaube oder hätte ich die wahrheit gesagt wie war seine wortwahl genau ich weiß es kann ja hier ja also hat noch mal vorgeworfen hier noch mal nachdem wir uns erst mal einig waren okay wir haben auf beiden seiten fehler gemacht habe gemeint let's review whole item these days first you said okay 10 us dollar per kilo blablabla that's not true ich habe entsprechend behauptet dass ich das gerne auch china haben wollte wo ich sag nee wenn es halt nicht anders geht dann ist es halt so dann habe ich gesagt okay pass auf nach dem punkt streich den deal ist mir egal schick mir mein geld zurück streich den deal dass das zeug von bremen nach niederland liefern das wollte er dann auch nicht also nehme ich es jetzt quasi notgetrunken an verkaufe das noch ab und dann ist ende und das habe ich so ein bisschen nach vermisst jetzt ihr könnt ihr mal ein bisschen in die kommentare schreiben was ihr von der art und weise von isan haltet was ihr jetzt machen würde also klar rechtlich gesehen kann ich quasi nichts machen weil die sitzen in china ja da habe ich quasi keine handhabe gegen das heißt also ich werde das jetzt annehmen und entsprechend danach den kontakt einstellen weil das ist mir einfach zu blöd das ist mir einfach zu kindergarten entsprechend damit umzuhalten handhaben wenn die so ihre marke breit treten wollen dann können sie das machen aber ohne mich weil es ist kein geschäftsgebaren das ist in die enge treiben und knebeln und platz zu erspielen und anderen keinen platz zu lassen aber sagen ja wir wollen erst zusammen geld verdienen das funktioniert so nicht ja bei 3d fuel zum beispiel als die gesagt haben ja du darfst unsere produkte auch auf amazon verkaufen haben wir uns darauf geeinigt ich mache den deutschen markt die machen den irischen markt und dann gucken wir wer den rest macht da waren wir uns recht schnell einig drum und die sind auf rot rum wenn ich denen helfe das ist ein ganz anderer schnack und zudem muss ich mal sagen die farben von isan als man hier was magenta fuchsia island oder auch das electric blue das kommt jetzt in der kamera glaube ich nicht so gut rüber wie in der realität aber es sind schon geile farben das sind schon geile farben und das material druckt sich echt bombastisch gut ich glaube die einzigsten probleme die ich habe das ist weil ich so doof bin um den drucker zum teil richtig einzustellen ich habe es jetzt von jedem gehört dass das material sich richtig gut druckt in den restlichen kleinen problemen mit der glossy dass das so ein bisschen glänzend ist dann war gerade dran dass wir es gelöst bekommen und das sind halt leute mit denen kann man reden mit denen kann man vernünftig reden ja das ist noch mal ein ganz anderer schnack so und jetzt gehe ich noch ein bisschen was arbeiten ich danke euch für euer ohr schreibt mal bitte eure meinung dazu unten in die kommentare und in diesem sender wünsche ich euch einen schönen tag noch schönes wochenende bleibt gesund happy printing ja 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 ja